Wunderschönen guten Tag hier in Wehstein, eures Kindies und ein Band, Olivia, DJ Philipp Torreiro, heute ein Olivia, hier in Wehstein im Haus Kranberg. Wir konnten heute die Bude hier draußen, der Umzug voll im Gange, spitzenmäßige Wagen und bestes Wetter rappelvoll, es gibt nichts mehr in den Straßen. Wir schmecken jetzt mal raus und gucken mal, wie die Wagen so aufgestellt sind. Bleibt dran, wir melden uns gleich hier und der Party im Haus Kranberg nochmal wieder. Hallo liebe Freunde hier aus Kranberg, wir sind mitten im Haus Kranberg und ihr seht heute für mich die Olivia, die Olivia Torreiro. Ich hab den Lippenschiff auf den Lippen und gleich geht es los für euch. Marco Maribel ist natürlich heute als Stargast auch mit dabei, hilft mir ein bisschen aus. Ja, und ich nehme euch natürlich mit ins Geschehen. Bis dahin, alles Gute. Es wird so langsam voll hier im Haus Kranberg. Jetzt noch läuft noch, aber hier geht es jetzt so langsam schon los. Alle mal an Bord. Liebe Freunde, guck mal was im Hintergrund abgeht, das ist der Arzt im Unterhalt. Das ist total normal, oh mein, oh mein. Dass die Leute noch nicht auf Geschenk-Tanzer, es ist das Einzige, was hier noch nicht geht. Aber das kriegen wir auch noch im Kranberg. Das ist prima. Die Harmonie, die wir lieben uns nicht, wir machen die Lust. Wir brauchen die Liebe, die ein und andere sind und du schonst immer dabei. Das ist prima. Ich stehe hier mitten im Eingang, es geht nichts mehr. Hier ist richtig rappelvoll, egal ob links gerettet, alles hier rappelvoll. Die Leute drehen deutsch. Eine richtig geile Karnberg-Sumate hier. Fischi! Alle lieben Fischi, alle lieben Fischi. Die Hände zum Himmel und lasst uns fröhlich sein. Wir klatschen! Und keiner ist allein. Die Hände zum Himmel und lasst uns fröhlich sein. Wir klatschen! So, denn geht's gut, es ist ein Fortschritt. Spreiß die Hände, 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 Hände! Hey, das geht ab! Wir feiern die ganze Nacht, die ganze Welt! Das geht ab! Wir feiern die ganze Nacht, die ganze Welt! Alle wollen noch rein, aber hier geht nichts mehr. Drinnen brechen voll. Dann muss auch das Gefolge hier von der Karnevalsgesellschaft noch anstehen. Im Haus Kranberg geht nichts mehr. Rappelvolles Haus, ist auf die Toiletten. Unglaublich! Das Wohnzimmer von Bielstein hier legt eine grandiose Karnevalsparty hin. Hut ab für Christian Kahl, dem Macher hier und Betreiber vom Haus Kranberg. Hallo, Entschuldigung! Recht entvoll! Wir schauen mal, wie weit das rohlt. Bis hinten hin. Auf den Toiletten ist hier rappelvolles Haus. Der Fotograf in bester Laune. Wir gehen mal durch hier. Der ist auf dem Klo hier. Immer noch voll. Sinti! Sinti! Sinti ist da! Berat aber NEX. D Figur. Sinti ist da! Bis nachCo. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020